das evangelium das evangelium ist eine botschaft von christus die frohe nachricht was ist nun das evangelium was ist sein inhalt von dieser frohen botschaft spricht die schrift an vielen stellen in zweiter korinther 5 verse 18 bis 20 gelesen wir das alles aber kommt von gott der uns mit sich selbst versöhnt hat durch jesus christus und uns den dienst der versöhnung gegeben hat weil nämlich gott in christus war und die welt mit sich selbst versöhnte indem er ihnen ihre sünden nicht anrechnete und das wort der versöhnung in uns legte so sind wir nun botschafter für christus und zwar so dass gott selbst durch uns ermahnt so bitten wir nun stellvertretend für christus lasst euch versöhnen mit gott wir müssen hier vor allem darauf achten dass das evangelium nicht menschlicher art ist es ist nicht entstanden aus den gedanken irgendeines menschen es ist eine botschaft vom himmel eine botschaft gottes an das gefallene menschengeschlecht unser großer ewiger gott der alles erschaffen hat hat auch das menschengeschlecht erlöst dies evangelium diese frohe botschaft soll verkündigt werden das geschah zuerst durch engel und propheten und später durch eine große schar von evangelisten aber das alles ist von gott im neuen testament befiehlt er uns dies evangelium zu verkündigen wir brauchen keine menschen darum anzubetteln es ist gottes gabe es ist das testament christi mir ist gegeben alle gewalt im himmel und auf erden darum geht hin und macht zu jüngern alle völker matthäus 28 vers 18 gehet hin in alle welt sagte er ich bin auch in der welt verkündigt es der ganzen schöpfung sagte er ich gehöre auch zur schöpfung gott sandte seinen sohn geboren von einem weibe lasst uns recht bedenken was gott für uns elende getan hat er sandte seinen sohn in der gestalt des sündigen menschen höre es wie zum ersten mal gott sandte seinen eigenen sohn glaubst du das wenn wir wirklich glauben könnten dass gott seinen sohn um unseret willen gesandt hat dass er unser bruder ist und das gesetz für uns erfüllt hat dann könnten wir vor großer freude und verwunderung kaum leben dass der große gott der himmel und erde schuf seinen sohn sandte um das zu tun was dem gesetz unmöglich war glaubst du das das ist etwas was du wohl weißt aber glaubst du es wirklich wer es leicht glauben kann hat niemals verstanden was es bedeutet bedenke gottes sohn der beim vater war das wort das im anfang war das bei gott war und gott selbst war dieses wort wurde fleisch gott wurde mensch das sagt auch der prophet micha aus dir soll mir der kommen der in israel her sei dessen ausgang von anfang und ewigkeit her gewesen ist micha 5 vers 2 das gott mensch geworden ist verheißt etwas großes für uns menschen es zeigt seine großen gnaden gedanken mit uns bitte gott dass er dein herz öffne und die dicken wolken des unglaubens vertreibe dann wirst du mit frieden erfüllt und in seligen anbeten kannst du sagen wohl ist meine unwürdigkeit groß aber ob sie auch tausendmal größer wäre so wird sie hierhin zunichte da gott seinen sohn sandte ihn will ich preisen der apostel sagt weiter in der gestalt des sündlichen fleisches wie mose eine erne schlange machte die äußerlich den giftigen ähnlich sah so sollte christus dem giftigen geschlecht gleichförmig sein damit wir sehen sollten warum er gekommen ist er sollte uns gleich sein doch ohne sünde und verdammte die sünde im fleisch er nahm unsere sünde auf sich und trug sie auf seinem leibe aufs kreuz so wurde das urteil über die sünde vollstreckt darum kann sie uns nicht mehr verdammen oder anders gesagt als christus die strafe für unsere sünden auf sich nahm nahm er der sünde die macht und das recht uns zu verdammen christus hat nicht die sünde aus der welt genommen aber er hat unsere sünde getragen und darum kann die sünde uns nicht verdammen denken wir an einem zum tode verurteilten mörder noch lebt er in seiner todeszelle er ist aber für die bürgerliche gesellschaft nicht mehr als ein toter so ist es auch mit der sünde sie kann den nicht mehr verdammen der teil hat an christi opfer zwar lebt sie noch in unserem fleisch wie wir bitter erfahren aber sie kann niemals verdammen denn es gibt keine verdammnis für die die in christus jesus sind römer 8 vers 1 die sünde die noch in uns ist hat ihre macht uns zu verdammen verloren darum gebraucht paulus diesen seltsamen und doch trostreichen ausdruck es gibt keine verdammnis für die die in christus jesus sind und wie erklärt er ihn in vers 2 sagt er das gesetz des geistes der da lebendig macht in christus jesus hat mich frei gemacht von dem gesetz der sünde und des todes auf dass er die so unter dem gesetz waren erlöste das evangelium ist in diesem kurzen wort ausgedrückt gott versöhnte in christus die welt mit sich selber die welt ist das gefallene geschlecht durch adams fall ist sie zum ewigen tod verurteilt wer sündigt soll sterben verflucht sei jedermann der nicht bleibt in all dem was geschrieben steht in dem buch des gesetzes das erst tue niemand konnte sich selber erlösen denn keiner war ohne sünde der lohn der sünde ist der tod so kam er über alle menschen dass sie alle gesündigt haben aber der große barmherzige gott konnte nicht ertragen dass alle verloren gehen sollten darum wurde das wort fleisch gott war in christus und versöhnte die welt mit sich selber christus wurde der zweite adam des menschengeschlechts er nahm auf sich dem gesetz und urteil für das ganze menschengeschlecht rede und antwort zu stehen kurz gesagt er tat was wir hätten tun sollen und litt was wir hätten leiden müssen er versöhnte die welt mit sich selber er gab ihr die gnade die sie vor dem fall hatte das tat er als er das gesetz erfüllte die strafe erlitt das verbrechen sünde über tod teufel und hölle siegte und uns eine ewige erlösung erwarb er rechnete dem menschen ihre übertretung nicht zu wie gott mit wohlgefallen auf die welt vor adams fall blickte so sieht er sie nun in christus an der der zweite adam ist denn wir sind mit gott versöhnt durch den tod seines sohnes als wir noch feinde waren römer 5 vers 10 er hat uns die botschaft von der versöhnung anvertraut das heißt das wort von der versöhnung die in christus geschehen ist und nun ist es so als ob gott selbst durch uns ermahnt lasst euch versöhnen mit gott gott ist schon mit euch versöhnt darum versöhnt euch doch mit gott dann ist alles gut kommt zurück ihr verlorenen kinder der vater hat lange seine arme gegen euch ausgebreitet ihr braucht nicht das geringste zu tun um gott zu versöhnen er war in christus und versöhnte die welt mit sich selbst nun sollt ihr euch nur mit gott versöhnen lassen hier sehen wir was das evangelium ist viele glauben das evangelium sei ein versprechen es ist aber die nachricht von einem versprechen das schon eingelöst ist das evangelium spricht nicht von dem was geschehen soll sondern von etwas was schon geschehen ist etwas was da ist ob wir es annehmen oder nicht es gibt viele die denken dass gott versöhnt werden soll und dass man versuchen muss die sünde zu beseitigen aber gott ist versöhnt die sünde ist getilgt wenn wir nur glauben könnten dass alle sünden der welt auch die die uns gerade jetzt plagen in christi tod ausgelöscht durchgestrichen in die tiefe des meeres versenkt sind gott ist schon versöhnt und die ewige gerechtigkeit ist gekommen damit wir die kindschaft empfingen am tage der auferstehung ist es als ob das paradies wieder zu uns gekommen ist engel sprechen mit den menschen wie mit geschwistern jesus nennt sünder seine brüder die sünde ist versöhnt der glaubende ist frei gemacht gerecht und rein das gesetz fällt kein urteil über den der mit christus vereinigt ist der tod hat keine macht uns zu behalten seit christus als erstling der entschlafenen von den toten auferstanden ist erster korinther 15 vers 20 das bemerkenswerte beim grabe christi ist dass jesus nun seine jünger brüder nennt maria steht beim grabe und weint jesus offenbart sich ihr und sagt gehe aber hin zu meinen brüdern und sage ihnen ich fahre auf zu meinem vater und zu eurem vater zu meinem gott und zu eurem gott johannes 20 vers 17 wir wissen doch daß er sie vorher nicht brüder genannt hat er nannte sie seine freunde er zeigte ihnen liebe und sagte daß die die seinen willen täten seine brüder und seine schwestern seien aber er hat sie nicht brüder genannt doch nun da das versöhnungswerk vollbracht und das kindschaftsverhältnis der menschen zu gott wiederhergestellt war da fängt er an das wort brüder zu gebrauchen und sagt mein vater und euer vater mein gott und euer gott das bekommt nun sein besonderes gewicht wenn wir sehen dass es das erste war was der herr nach seiner auferstehung sagte das große ziel der versöhnung christi war die wieder aufrichtung des kindschaftsverhältnisses zu gott alles was die versöhnung ausgerichtet hat die sünde zu sühen den fluch des gesetzes vorzunehmen eine ewige gerechtigkeit zu bringen sind ja nur teil des einen großen werkes uns das kindesrecht zurückzugeben das ist die hauptsache der mensch wurde zum kind und erben gottes erschaffen da dieses kindesverhältnis durch den sündenfall zunichte wurde sollte der weibessame es wiederherstellen wer daran zweifelt dass dies wirklich geschehen ist hört hier nun jesus sagen meine brüder das sagte er als erstes nach seiner auferstehung und er will dass wir darauf achten sollen wer hier nichts großes und göttliches erkennt muss taub gegenüber gottes wort sein so hat jesus die scheidewand abgerissen gott und mensch sind wieder vereinigt das was zerstört war ist wieder aufgerichtet das verhältnis des kindes zu seinem vater so ist gottes sohn der erstgeborene unter vielen brüdern römer 8 vers 29 hier ist eine tiefe und eine höhe die alle erkenntnis übersteigt die gabe ist so groß und unsere herzen sind so eng und jesu brüder sein meine brüder sagt der herr das sagte aber nur zu den jüngern meinst du sie waren ihm drei jahre gefolgt sie waren fromm und heilig welchen trost haben wir daraus hast du nicht verstanden dass es die absicht von christi versöhnung war unser kindschaftsverhältnis zu gott wieder aufzurichten das tat er als er sein leben hingab nicht nur für einige freunde sondern für die ganze welt im übrigen hast du doch tausendmal gebetet vater unser der du bist im himmel für vernunft und gefühl ist es ungereimt dass wir die große ehre haben sollen christi brüder genannt zu werden und es zu sein was sagt aber die heilige schrift was sagt christus selbst ich in ihnen und sie in mir wie du vater in mir bist und ich in dir gilt das nur für die apostel nein sagt jesus ich bitte nicht allein für sie sondern auch für die die durch ihr wort an mich glauben werden auf dass sie alle eins sein gleich wie du vater in mir und ich in dir johannes 17 vers 20 das gilt also für alle zeiten und alle geschlechter wir meinen das sei allzu groß hat jesus aber jemals einen unterschied gemacht nicht einmal seine mutter hatte einen vorzug der mensch ist ihm teuer aber nicht die oder jene person es ist nur der unterschied dass die gläubigen seine nähe sein herz suchen während die anderen fern bleiben das merkwürdigste ist nun dass die jünger diesen ostergruß bekamen als sie am schwersten gesündigt hatten hier sehen wir nun die frucht von christi tot und auferstehung die sünde wird nicht mehr angerechnet und verdammt die nicht die an christus glauben hier sehen wir was das wort bedeutet christus ist um unserer sünde willen dahin gegeben und um unserer rechtfertigung willen auferweckt römer 4 vers 25 oder ist christus nicht auferstanden so ist euer glaube nichtig so seid ihr noch in euren sünden erste korinther 15 vers 17 der apostel glaubt also im ernst dass sie nicht mehr in ihren sünden sind weil christus für sie gestorben und auferstanden ist christus hat ein gnadenreich gegründet in dem die sünde nicht zugerechnet wird wohl werden wir gezüchtigt aber die gnade und die kindschaft werden nicht erschüttert solange wir uns in unserem elend zu christus halten christi blut reinigt uns von allen unseren sünden das ist die hauptsumme des ganzen evangeliums wir können das vielleicht glauben solange das leben seinen gewöhnlichen gang geht wenn es aber dunkel um uns wird wenn wir vielleicht in schwere sünde fallen dann ist es nicht so leicht zu glauben in solcher not zeigt es sich dass wir wenn wir auch das ganze evangelium im kopf haben doch kaum ein senfkorn glauben im herzen besitzen es ist als ob christi blut nicht mehr gilt jedenfalls nicht in der lage in der wir uns befinden aber es sollte nicht so sein wohl ist es angebracht verzweifelt zu sein und über sich selbst zu weinen doch wer die hoffnung fahren lässt und alles verloren gibt hat nicht verstanden was christus getan hat dann glauben wir nicht wie die apostel dass wenn christus auferstanden ist dann sind wir nicht mehr in unseren sünden mit solchem halben glauben können wir nicht den streit durchhalten und bestehen wenn der böse tag kommt darum ist es nötig dass wir gründlich lernen was christus für uns getan hat um uns bei zeiten auf die stunde der versuchung vorzubereiten nicht nur dadurch dass wir wachen und beten sondern auch in der erkenntnis christi zunehmen das evangelium richtet sich an sünder christus ist gekommen die sünder zu erretten welche menschen hat jesus von ihren sünden erlöst und ihnen das recht auf ewige seligkeit zugesprochen wenn sie nur glauben paulus sagt es sind die gottlosen römer 4 vers 5 wir sind geneigt zu denken dass irgendetwas bei uns gott bewegt habe uns so sehr zu lieben dass es einen eingeborenen sohn für uns gab doch die bibel antwortet wir sind mit gott versöhnt als wir noch feinde waren römer 5 vers 10 unsere erlösung hat ihren grund nicht in unserem guten willen sondern in gottes barmherzigkeit dies evangelium ist eine gottes kraft die zum glauben führt das wort von gottes lamm das der welt sünde trägt ist nicht trocken und kraftlos wie man manchmal meint nein es hat die macht glauben zu schaffen der glaube der uns selig macht kommt aus dem wort von jesu blut und wunden es gibt keinen anderen weg zum glauben es ist nicht leicht zu beschreiben wie es zugeht es ist leichter ist zu erfahren als es zu beschreiben doch wir wollen es versuchen ein toter mensch hört die stimme des sohnes gottes und wenn er sich selbst in gottes licht erblickt sieht er seinen wirklichen zustand sein elend sein verderben auch wer meint wie paulus vor seiner bekehrung dass er nach dem gesetz unsträflich gelebt hat muss nun sagen ich bin der größte der sünder wohin soll ich fliehen man sieht seine not weiß aber noch nichts von der kraft des todes jesu man weiß nun dass man nicht an ihn glaubt und fühlt sich verurteilt und verdammt das nennt die schrift eine göttliche traurigkeit wer nun nicht mehr meint dass er sich selber erlösen kann nichts verspricht was er nicht halten kann sich nicht besser macht als er ist sondern so wie er ist zum freund der sünder geht sich zu seinen füßen wirft der erhält den glauben an ihn der die gottlosen erlösen kann da heißt es deine sünden sind dir vergeben der heilige geist spricht das wort von der versöhnung zu solch einem betrübten herz er nimmt es gleichsam bei der hand und leitet es hinein in das evangelium vom lamm gottes das am kreuz für uns starb der geist bezeugt einen solchen herzen christus starb für dich auf diese weise verhilft der geist einem menschen zu glauben durch das wort ist ein herz hart wie stein dann schmilzt es wie wachs sobald es hört und glaubt das gottes sohn für uns arme sünde am kreuz gehangen hat wenn dies evangelium nicht zum glauben führt dann hilft keine widerwärtigkeit kein leiden und keine furcht vor der hölle ein sünder der zum glauben gekommen ist hält sich nicht länger an werke steht doch geschrieben dem aber der nicht mit werken umgeht glaubt aber an den der die gottlosen gerecht macht dem wird sein glaube gerechnet zur gerechtigkeit römer 4 vers 5 aber diejenigen die mit des gesetzes werken umgehen sind unter dem fluch galater 3 vers 19 auch alle äußerlich frommen menschen wenn sie noch so viel haben dessen sie sich rühmen können sind unter dem fluch zöllner und sünder mögen wohl eher ins reich gottes kommen als sie es ist darum falsch wenn ein mensch glaubt er müsse dies oder jenes tun um gott gnädig zu stimmen dass er ihm die sünde vergebe das heißt jesu opfer zu verleugnen aber wenn einer seinen verderben kennengelernt hat und dann zu hören bekommt dass jesus in die welt gekommen ist die sünder selig zu machen und nun nicht länger wartet sondern sich zu jesu füßen niederwirft und um gnade und glauben bettelt der bekommt den glauben gottes gnade die ganz frei wenn jemand vom evangelium für gottlose spricht hält man das für eine gefährliche botschaft man könnte verstehen dass gott die gläubigen die gottesfürchtigen und die ernsten christen liebt aber er kann nicht mich gottlosen leichtsinnigen unzuverlässigen und ungehorsamen menschen lieben der wirklich gegen gott sündigt und nicht mal die sünde recht bereut sollte gott einen solchen menschen lieben nein das ist unmöglich aber gott verkündigt immer noch sein gnade evangelium für alle verlorenen so wahr ich lebe spricht gott der herr ich habe keinen gefallen am tode des gottlosen sondern dass der gottlose umkehre von seinem wege und lebe redet freundlich mit jerusalem sagt gott mit dem jerusalem das die propheten getötet und die gesteinigt hat die zu ihm gesandt waren und der apostel sagt dem der mit werken umgeht wird der lohn nicht aus gnade zugerechnet sondern aus pflicht dem aber der nicht mit werken umgeht glaubt aber an den der die gottlosen gerecht macht dem wird sein glaube gerechnet zur gerechtigkeit römer 4 verse 4 und 5 das ist eine wunderbare nachricht für uns menschen die wir in sünde gefallen verloren und verdammt sind aber gott erbarmte sich über uns das konnte er weil seine ewige vater liebe zu uns nicht durch unseren fall geändert war sie war ebenso groß wie vorher er konnte uns nicht unserem schicksal überlassen als wir durch die list des satans ihm geraubt waren sondern er nahm den kampf mit dem teufel auf um uns zurück zu holen und als die zeit erfüllt war sandte er seinen sohn der sein leben als löse geld für uns gab vor zweitausend jahren wurde er gekreuzigt und er erlitt für uns den tod zuerst wurde er mit dornen gekrönt ins gesicht geschlagen und gegeißelt und dann ans kreuz geschlagen so vergoss er sein blut für uns arme menschen wo findet sich auf erden eine größere liebe dieser heiland der den tod am kreuz erlitt hat gnade und seligkeit für alle gottlosen erworben für die die gelebt haben für die die jetzt leben und für die die bis zum jüngsten tag auf erden leben werden der satan hat sein recht an den sündern verloren und der himmel ist nun offen gott hat alle mit sich selbst versöhnt durch das blut am kreuz infolgedessen kann er nun wieder auf erden wohnen da eine versöhnung geschehen ist die alle erkenntnis übersteigt wer an christus glaubt ist selig wenn auch mehr sünden da sind als sand am meer wer aber nicht glaubt ist schon gerichtet wer die seligkeit woanders sucht geht irre wer sagt daß das gewissen ihn nicht anklagt und er darum dem himmel näher sei als räuber huren oder zöllner der betrügt sich selbst daß wir in uns selber heilig sein sollten ist erdichtet jesu opfer allein macht uns selig nun ist alles bereit viele wissen nicht was die versöhnung in sich schließt man umgibt sie mit so vielen vorbehalten dass zuletzt nichts übrig bleibt es ist als ob keine versöhnung geschehen wäre man will nicht glauben dass gott die ganze welt mit sich selber versöhnte und den menschen ihre sünden nicht mehr anrechnet auch wenn man es mit dem munde bekennt so meint man doch im herzen dass es nur für die frommen gilt wenn nun die boten des evangeliums zur gnadenhochzeit einladen kommt es ist alles bereit so ändert der unglaube diese worte wartet bis alles in ordnung ist du sagst man muss sich doch bereiten und die sünde bereuen ehe man kommen kann aber die schrift sagt offenbarung 22 vers 17 wenn du sagen würdest ich will nicht kommen bis ich bereit bin dann sagtest du die wahrheit aber dass es menschen gibt die nicht zu christus kommen dürfen das ist ein irrtum wer will darf kommen christus spricht im gleichnis von der hochzeit sie wollen nicht kommen matthäus 22 vers 3 und das ist der grund dass nicht alle menschen selig werden wenn mir nur jesus meine sünden vergeben wollte dann ist es die höchste zeit zu kommen zu glauben und alle eigene arbeit aufzugeben alles ist ja bereit der herr sagt führe die armen und krüppel und lahmen und blinde herein nötige sie herein zu kommen kommt denn es ist alles bereit hier führen wir einige bemerkenswerte worte von i a james an suchende seelen vergessen dass es ihre pflicht ist gleich zum heilern zu kommen sie wollen warten bis sie arm werden bis sie eine innere berufung zum glauben fühlen sie suchen und beten und verstehen nicht dass sie sich gleich dem heiland übergeben sollen sie warten auf eine art eingebung im herzen dass sie nun glauben dürften und diese eingebung solle ihnen auch die kraft zum glauben geben aber wo steht in der bibel dass die sünder warten sollen bis sie glauben dürften wo steht glaube aber noch nicht jetzt komm aber nicht jetzt warte bis du besser bereit bist im gegenteil es heißt heute wenn ihr seine stimme hört so verstocket eure herzen nicht gerade jetzt ist die stunde der gnade gerade jetzt ist der tag des heils kann gott dir nicht in diesem augenblick die sünden vergeben ist gott nicht versöhnt sind nicht deine sünden ausgelöscht solltest du dich mehr auf ein gefühl deines herzens als auf gottes wort verlassen sagt nicht jesus kommt her zu mir die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken matthäus 11 vers 28 sind das christi eigene worte ja ist es wahr was jesus sagt ja sollen wir auf eingebungen warten nein warum hast du bedenken wir hören wieder ein paar worte von james denk an den kerkermeister von philippi apostelgeschichte 16 in der nacht in der er seine sünden erkannte glaubte er an christus als er in seiner seelennot rief was soll ich tun antwortete paulus glaube an den herrn jesus so wirst du gerettet der apostel sprach nicht von einer langen vorbereitungszeit sondern er sagte ganz kurz glaube er meinte natürlich glaube jetzt so fasste der arme mann auch die antwort auf er glaubte sofort und bekam frieden komm wie du bist nur wenn ein gesetz gegeben wäre das da könnte lebendig machen käme die gerechtigkeit wahrhaftig aus dem gesetz galater 3 vers 21 ein prediger unseres landes schrieb seinerzeit etwas was auch für uns lehrreich ist ich dachte immer dass die ursache weshalb ich keinen frieden mit gott hatte die sei dass es mir an ernst und aufrichtigkeit fehlte ich verstand nicht die absicht des gesetzes verstand nicht dass es mich verurteilen und mein selbstvertrauen töten sollte ich meinte stattdessen je mehr ich mich im gebet und in guten werken übe desto mehr leben liebe und frieden würde ich bekommen ich meinte die bekehrung sei eine besserung im herzen und ich müsse mich selber besser machen ich sah nicht dass die gnade einen sünder der noch auf seine eigene kraft hofft weder aufmuntern kann noch will auch verstand ich nicht weshalb das eigengerechtigkeit sein sollte wenn man sich mit gottes hilfe bessern will ich wollte selbst der baumeister sein und je fleißiger ich arbeitete desto besser sollte es gelingen das ganze ging darauf aus dass ich meine eigene ehre retten wollte und gottes gnade verwarf und das verachtete was christus getan hat ferner meinte ich dass gott durch meine gebete und tränen bewegt werden müsse mir gnädig zu sein ich verstand nicht dass gottes herz schon voller liebe ist dass alles bereit ist und er nur darauf wartet dass wir kommen und seine gnade annehmen ich hatte die wahrheit noch nicht erkannt dass nicht gott bewegt werden muss uns gnade zu geben sondern dass wir bewegt werden müssen die gnade anzunehmen die uns schon erworben ist zuletzt ging mir auf dass ich das licht in meinem eigenen herzen gesucht hatte statt darauf zu hören was gott im evangelium sagt suchte ich nach gefühlen und zeugnissen in meinem inneren nur solange die gut waren hatte ich frieden aber gott lob ich erkannte dass ich kommen durfte gerade so wie ich bin mein heiland hatte mir das kleid der gerechtigkeit erworben so ohne fehl dass ich es nicht besser machen kann noch muss gleichzeitig sah ich dass es meine größte sünde war dass ich versucht hatte das zu bessern was christus schon vollkommen gemacht hatte ich schämte mich dass ich ihm die ehre gestohlen christus zunichte und mich selbst groß gemacht hatte niemand versteht welch tiefer unglaub es ist wenn man sich selbst besser machen will ehe man die gnade annimmt jesaja sagt wohl an alle die ihr durstig seid kommt her zum wasser und die ihr kein geld habt kommt her kauft und esst kommt her kauft ohne geld und umsonst wein und milch jesaja 55 vers 1 beachte worin besteht das geld in nichts und nichts ist nichts ist es aber aus gnaden so ist es nicht aus verdienst der werke sonst würde gnade nicht gnade sein römer 11 vers 6 jesus nimmt die sünder an wer keinen anderen ausweg hat als zu jesu kreuz zu fliehen erfährt bald was das heißt an jesu blut zu glauben der eine ewige erlösung erworben hat das wort das er gottlose gerecht macht wird deutlich und klar nun dankt man gott dass es nicht auf das ankommt was wir leisten können sondern auf gottes liebe jetzt sieht und schmeckt man mehr als mit den worten auszudrücken vermag dies evangelium macht alle selig die daran glauben und ihr glaube wird ihnen zur gerechtigkeit gerechnet nun weint die seele vor freude und netzt wie die sünderin jesu füße mit tränen von seinem heiligen feuer brennt das herz der heiland ist ihm alles es weiß von keinem anderen ruheplatz als zu seinen füßen und kann sich nur des blutes jesu rühmen so ist man selig da hat man eine freude die niemand von uns nehmen kann wir wissen dass der heiland lebt wir wissen an wen wir glauben millionen menschen haben das erfahren viele von ihnen stehen vor dem thron und preisen die narben die von seiner liebe zeugen jesu gnade macht uns gerecht sein verdienst ist die pforte zum himmel wir brauchen nichts mehr zur seligkeit jesus nimmt die sünder an liebe freunde nun kommt es darauf an dass wir das glauben ist er jemand der noch nicht glaubt sondern in der knechtschaft der sünde lebt aber sich vor dem tode fürchtet man weiß ja niemals wann er kommt so soll er fleißig das evangelium für gottlose lesen er soll sich mit seiner sündenlast zu den füßen des kreuzes niederwerfen und rufen erbarm dich über mich da wird er frieden finden und wenn seine letzte stunde kommt wird er mit frieden im herzen zu gott heim gehen die große freude siehe ich verkündige euch große freude lukas 2 vers 10 wie herrlich ist es den engel rufen zu hören siehe ich verkündige euch große freude die allem volk widerfahren wird denn euch ist heute der heiland geboren und dann den lobpreis der menge der himmlischen herrschern ehre sei gott in der höhe und friede auf erden bei den menschen seines wohlgefallens es ist herrlich zu hören und doch gibt es viele fromme menschen die niemals erfahren haben worin eigentlich die große freude besteht ja die niemals freude und nutzen von dem kind hatten das dort geboren wurde am traurigsten ist es dass viele fromme wohlmeinende menschen weihnachten auf würdige art zu feiern suchen sie hören doch ja für ja dass man sich über dieses kind freuen soll aber sobald weihnachten vorbei ist ist auch die feierliche stimmung vorbei wenn du wüsstest was christus für uns getan hat könntest du das ganze jahr ja das ganze leben weihnachten feiern warum sandte gott seinen sohn auf die erde von den bibelstellen die darauf antworten ist römer 8 vers 3 eine der bemerkenswertesten denn was dem gesetz unmöglich war weil es durch das fleisch geschwächt war das tat gott er sandte sein sohn in der gestalt des sündigen fleisches und um der sünde willen und verdammte die sünde im fleisch dasselbe sagt auch jesaja vor dir wird man sich freuen wie man sich freut in der ernte denn du hast ihr drückendes joch und den stecken des treibers zerbrochen jesaja 9 verse 2 und 3 was ist das joch anderes als das gesetz das die last der sünde auf unseren schultern legt darum hat es paulus auch ein knechtschafts joch genannt der ausdruck stecken des treibers hat auch mit dem sklavendienst zu tun das was gottes geist bei dem propheten in der bildersprache gesagt hat sagt er klar bei dem apostel wenn wir mit unserem falschen trost am ende sind und der feind unseren frieden stört dann zweifeln wir so sehr an gottes verheißungen dass er es uns sehr klar sagen muss bis wir glauben wir finden es allzu groß ein ausdruck bei paulus ist so ergreifend trostreich dass seinesgleichen sich kaum im ganzen neuen testament findet den müssen wir etwas näher betrachten gläubige die einige erfahrung haben wissen dass man leicht in verwirrung geraten kann wir wissen dass christus alles vollbracht hat er wurde unter das gesetz getan um die zu erlösen die unter dem gesetz waren er kaufte uns frei von dem fluch des gesetzes als er um unseretwillen ein fluch wurde aber dieser trost kann so leicht zunichte werden alles das ist wahr und groß sagen wir aber was hilft es mir denn ich weiß dass ich in dieser oder jener hinsicht nicht bin oder tue was er von mir fordert wie soll ich dann den trost annehmen den das wort gibt gegen diese verwirrung wendet sich paulus er sagt gerade das was das gesetz niemals ausrichten konnte das tat gott als er seinen sohn sandte wir müssen immer daran denken dass das wort gottes das etwas von uns fordert uns treibt und straft zum gesetz gehört nun weißt du was gott von dir fordert das bekommt er nicht das gesetz fordert kann aber nichts geben darum wirst du immer gestraft und bist schuldig und niedergeschlagen doch was das gesetz nicht ausrichten konnte weil es durch das fleisch geschwächt war das tat gott als er seinen sohn sandte gerade das was du gestern und heute ängstlich bedachtest und bekämpft ist aber unmöglich erfüllen konntest das hat gottes sohn für dich erfüllt er sollte das gesetz ganz erfüllen und die sünde tragen geboren von einem weibe und unter das gesetz getan vielleicht ahnst du nun warum jesus uns zur großen freude sein sollte kann man sich wundern dass menschen die das erlebt haben sich freuen und ihn preisen kann man sich mehr wünschen danach fragen wir wenn wir unsere sünde und unser elend kennenlernen wenn doch jemand an unserer stelle das gesetz erfüllen und die strafe leiden könnte jemand der uns eine vollkommene gerechtigkeit verschaffen könnte so dass gott mit uns zufrieden wäre wenn wir doch einen solchen hätten es ist wohl nicht möglich dass wir ihn schon haben ja das sagt die schrift wir haben einen stellvertreter der alles für uns wohl gemacht hat gleich wie durch eines menschen ungehorsam viele zu sündern geworden sind so werden auch durch eines gehorsam viele zu gerechten römer 5 vers 19 wer kann gottes liebe genug preisen es gibt einen wunderbaren trost ich bin frei gemacht vom gesetz sagt paulus wie geschieht das er antwortet was dem gesetz unmöglich war weil es durch das fleisch geschwächt war das tat gott er sandte sein sohn in der gestalt des sündlichen fleisches und um der sünde willen und verdammte die sünde im fleisch römer 8 verse 2 und 3 noch einmal erinnern wir daran dass der apostel nicht sagt christus habe die sünde aus der welt genommen oder aus unserem fleisch sondern er hat der sünde die macht genommen uns zu verdammen das tat er als er die strafe für unsere sünde erlitt so kaufte christus uns auch frei vom fluch des gesetzes da erwart ein fluch für uns galater 3 vers 13 das gesetz ist also nicht aufgehoben es redet noch zu uns erklärt uns gottes willen und fordert gehorsam aber wir sind frei von seinem fluch das gesetz kann niemals den verurteilen der mit christus jesus vereinigt ist wir verstehen das nicht immer wir erschrecken wenn das gesetz uns verdammt in wirklichkeit aber wird kein gläubiger nach dem gesetz gerichtet sollten wir nach dem gesetz gerichtet werden wäre christi verdienst ohne nutzen für uns in derselben weise spricht die schrift auch vom tode tot wo ist dein stachel der tod ist noch da aber sein furchtbarer stachel ist abgebrochen das heißt seine bedeutung als strafe für die sünde sünde gesetz und tod sind noch da sie leben wie der zum tode verurteilte mörder doch ihre macht und ihr recht haben sie verloren die sünde der gläubigen gilt vor gott nicht als sünde denn sie kann kein urteil fällen über die die mit christus vereinigt sind es ist als ob das urteil des gesetzes nicht mehr da ist wohl kann es uns erschrecken drohen und unser gewissen bekümmern aber es kann uns nicht verurteilen der tod kann wohl den leib in die erde legen aber uns nicht festhalten er ist ein guter diener der uns zur ruhe hilft nur dürfen wir uns nicht verwirren lassen wenn wir merken dass die sünde noch lebt das gesetz uns bedroht und der tod uns angreift da gilt es sich dessen zu erinnern was christus tat als er ein urteil über die sünde fällte uns von dem fluch des gesetzes befreite und durch seinen tod die macht des todes brach das alles geschah als jesus seinen großen sieg über sünde tod teufel und hölle gewann paulus ruft diesen tyrannen zum trotz aus der tod ist verschlungen in den sieg tod wo ist dein stachel hölle wo ist dein sieg aber der stachel des todes ist die sünde die kraft aber der sünde ist das gesetz gott aber sei dank der uns den sieg gibt durch unseren herrn jesus christus erste korinther 15 verse 55 bis 57 luther sagt wie die juden christus am kreuz höhnten sollen wir zu christi ehre alles verhöhen das uns erschrecken will über das alles hat er den sieg gewonnen wir sollen zur sünde sagen du lebst zwar noch in meinem fleisch aber du kannst mich nicht verdammen die macht hast du verloren als mein herr das urteil über die sünde fällte du heiliges furchtbares gesetz es ist recht dass du mich strafst denn ich bin ein sünder aber dein urteil kann mich nicht töten das verbietet er der mich freikaufte von dem fluch des gesetzes da erwahrt ein fluch für uns du tot der immer mein unverständiges herz erschrecken will du wirst wohl meinen leib in die erde bringen aber du kannst mir nicht schaden sondern im gegenteil nur einen dienst erweisen auch wenn meine schwache natur dich nicht liebt so tust du mir doch einen dienst indem du mich zur ruhe bringst ich kenne den der da sagte ich bin die auferstehung und das leben wer an mich glaubt wird leben ob er gleich stürbe und wer da lebt und glaubt an mich der wird nimmermehr sterben johannes 11 verse 25 und 26 dieser herr kann nicht lügen und er hat sein blut nicht vergossen damit wir nur zeitliche güter gewinnen sollten du grab und hölle wo ist dein sieg Gott sei dank der uns den sieg gibt durch unseren herrn jesus christus wenn wir in unseren anfechtung doch nur daran denken könnten wenn ich zum beispiel so kalt träge und in meinem gemüt so zerstreut bin dass ich nicht an das wort denken kann und keine freude dran habe sondern mich trocken wie ein stück holz fühle gilt das dann nicht mehr was christus getan hat was habe ich dann für einen nutzen davon wenn ich so ausgetrocknet bin dass ich das glaubensleben nicht mehr in mir empfinde was spüren wir wenn wir in der finsternis sind sollen unsere gefühle die teuer erkaufte gnade ins schwanken bringen soll das was christus für uns getan hat zunichte werden weil wir nichts empfinden gerade durch das trachten nach gefühlen verhinderst du das glaubensleben in deinem herzen es steht doch noch fest was das gesetz nicht ausrichten konnte das tat gott als er seinen sohn gab ich kann zum beispiel nicht mehr beten so dass ich es auf eine andere zeit verschieben muss gilt dann nicht was christus getan hat bin ich da nicht länger bei gott in gnaden oder ist christus nur ein halber und unvollkommener heiland so dass seine gnade abhängig ist von dem was ich tun soll gott bewahre uns davor ihm die ehre zu rauben indem wir uns einbilden dass wir etwas zu unserer erlösung tun könnten ich kann gott nicht recht lieben ich fühle mich kalt und hart besonders das bestraft das gesetz aber was das gesetz nicht ausrichten konnte das tat gott er sandte seinen sohn ich kann die sünde nicht recht bereuen auch das tat christus da ward sein schweiß wie blutstropfen die vielen auf die erde soll nicht christus mein einziger trost sein oder sollen meine liebe meine reinheit meine reue und mein gebet dazu beitragen dass ich begnadigt werde was würde dann aus dem glauben und der rechtfertigung durch den glauben wenn mir richtig klar wird dass ich aus lauter gnade erlöst bin dann kann ich es nicht lassen ich muss den lieben der mir einen solch unbeschreiblich großen Dienst getan hat dann fange ich an seinen heiligen willen zu lieben und die sünde zu bereuen und zu hassen dann geht es so wie die engel in der ersten weihnachtsnacht sangen gott bekommt allein die ehre es wird friede auf erden bei den menschen die gegenstand seiner gnade sind die schuld ist bezahlt der diener eines königs hat dessen eigentum ruiniert und veruntreut und sitzt nun im gefängnis da bezahlt der sohn des königs seine ganze schuld geht an seiner stadt ins gefängnis und erleidet seine strafe kann nun noch etwas vom diener gefordert werden wenn der könig das gut geheißen hat sollte er nicht in großer dankbarkeit dem königssohn zu füßen fallen und sagen du hast alles wohl gemacht es ist für immer genug was du getan hast wäre es nicht sünde und schande wenn er nun dächte und sagte ich habe ja meine schuld nicht mit eigenen mitteln bezahlt und ich habe nicht selber die strafe abgesessen wie kann ich sicher sein dass ich nicht doch noch ins gefängnis komme das wäre doch als wollte er sagen wer weiß ob ich mich auf das verlassen kann was der könig und sein sohn getan und gesagt haben aber nun steht geschrieben dass gott seinen sohn sandte um das zu tun was dem gesetz unmöglich war er war unter dem gesetz er war in unserem gefängnis um uns zu befreien die unter dem gesetz waren es ist kein traum oder eine deutung sondern die summe dessen was gott uns offenbart hat gott gab uns seinen sohn zu einem mittler und heiland er sagt selbst dass er gekommen sei das gesetz zu erfüllen wir finden wohl es sei zu groß dass gott selbst das gesetz für uns erfüllen sollte aber so ist es ja immer mit gott dass er mehr tut als wir bitten und verstehen was können wir mehr tun als ihm zu danken und die herrliche freiheit auszunutzen unseren gnädigen vater zu lieben und ihm zu dienen und das gute zu tun wozu wir gnade erhalten allein seine große gnade kann uns bewegen gott zu lieben und ihm zu dienen ist nicht seine gnade die triebkraft zu unserem handeln hat alles was wir tun einen geringen wert was nicht aus dem glauben geht das ist sünde das dürfen wir nicht vergessen nicht nur in der bekehrung demütigt gott uns und zeigt uns unser elend solange wir in dieser welt leben müssen wir uns im glauben üben oder mit anderen worten in der täglichen bekehrung leben je näher wir gott kommen desto mehr sehen wir seine heiligkeit daraus folgt dass niemand mehr licht im gesetz und niemand mehr das gefühl der eigenen niedrigkeit hat als ein erleuchteter christ hiervon sagt luther je größer licht im gesetz umso größere erkenntnis der sünde gewiss das gesetz ist unsere lust und richtschnur fürs leben aber es macht uns niemals gerecht denn dann müssten wir ebenso heilig sein wie gott heilig ist wenn wir also unsere sünde erkennen gilt es in der freiheit zu bestehen und sich nicht wieder in das knechtische joch fangen zu lassen wenn wir in den knechtischen sinn zurückfallen hat das gesetz gleich wieder dieselbe wirkung auf uns es erweckt die sünde zu doppelter kraft und macht uns unglücklich was sollen wir denn tun wenn das gesetz uns wegen der sünde bestraft wir müssen ihm gleich recht geben dass nichts gutes in uns wohnt aber gleichzeitig auf christus hinweisen er hat vollbracht was wir hätten tun müssen und wurde unsere gerechtigkeit geh zu ihm sagen wir zum gesetz er hat sich unserer sache angenommen und steht für uns aber das gesetz sagt du sollst doch fromm sein und gutes tun da antworte ich das ist wahr und wenn es meinen lebenswandel betrifft will ich dich gerne hören aber wenn es meine gerechtigkeit vor gott berührt da gelten nicht meine werke sondern die eines anderen da gelten weder meine frömmigkeit noch meine sünden etwas ich wäre ganz und gar verloren wenn ich danach gerichtet werden sollte darum weise ich hin auf die frömmigkeit heiligkeit und reinheit eines anderen auf gottes sohn wenn meine böse natur noch tausendmal wilder raste ob meine sünde tausendmal größer wäre ob mein herz mich tausendmal härter verdammte so ist doch gott größer als mein herz und christi blut und gehorsam doch tausendmal mächtiger als meine sünde christi vollkommenheit ist mein trost meine gerechtigkeit meine gerechtigkeit mein ruhm nun und bis in alle ewigkeit dieser grund hält die erlösung geschah vor 2000 jahren auf golgatha als jesus sagte es ist vollbracht da wurde der schuldbrief ans kreuz genagelt da wurde gott versöhnt ja die versöhnung ist so vollkommen das gott ganz zufrieden ist alle schuld ist bezahlt und gott lädt alle ein wendet euch zu mir die ihr abgefallen seid dann werdet ihr doppeltes empfang aus der hand des herrn für alle eure sünden denn eure sünden sind ausgelöscht sollen wir selig werden dann müssen wir dann dürfen wir im glauben zurückschauen auf das was vor 2000 jahren geschah unser glaube soll auf golgatha fuß fassen in dem was dort geschah und nicht in dem was in uns geschieht aber nun heißt es kehre um und glaube an das evangelium bekehrung ist nicht dasselbe wie erneuerung und heiligung dazu hat man keine kraft ehe man in den rechten weinstock christus eingepfropft ist und den heiligen geist erhalten hat zur bekehrung gehört jedoch dass man die sünde bereut und über sie trauert ja die bekehrung fängt gerade damit an dass man sich als sündig erkennt nun versucht man ein besserer mensch zu werden aber das gefühl der sünde wird zur wahren erkenntnis der sünde man findet nirgends trost wenn man wissen will wie die wahre bekehrung sein soll muss man sich darüber klar werden was sie bezweckt ihre absicht ist durchaus nicht dass du dadurch gott gefällig werden sollst sondern du sollst zu christus getrieben werden kannst du also noch christus und die erlösung die er erworben hat entbehren dann ist deine sündenerkenntnis noch zu gering kannst du noch deine seligkeit in deiner besserung deiner reue und deinem gebet finden dann ist deine sündenerkenntnis nicht wie sie sein soll aber sobald du keinen trost in dir selbst hast sondern zur gnade in christus fliehen musst so wie du bist dann ist deine bekehrung richtig ihre absicht ist erreicht sie hat dich zu christus getrieben wenn deine sündenerkenntnis richtig ist ist sie nie so wie du sie haben möchtest denn wäre sie so dann hättest du ja trost in dir selbst aber ein solcher trost muss fort in der rechten bekehrung ist man mit seiner bekehrung unzufrieden ja du fühlst dich hart und verderbt du musst dich selbst als gottlos und verdammt verurteilen da erst bekommt christi blut die ganze ehre für deine erlösung fragst du wie groß der schmerz über die sünde sein muss dann antworten wir hier geht es nicht um ein bestimmtes maß nur so viel dass du ohne christus nicht leben kannst dass du keine ruhe findest bis du in ihm selig bist mehr gehört nicht dazu aber auch nicht weniger es ist ein irrtum wenn man meint dass man erst eine zeitlang über die sünde trauern muss und später glauben darf nein fange nur an an christus zu glauben und folge ihm in der täglichen bekehrung dann wirst du schon immer mehr die sünden erkennen aber die list des teufels ist groß und sie ist am größten wenn ein mensch in not gekommen ist er glaubt dem ganzen wort gottes und sucht kraft darin für herz und leben aber er hat eine gewisse sünde auf dem gewissen da flüstert der teufel das evangelium ist wahr die gnade ist groß aber mit dir ist es anders wenn du diese sache nicht auf dem gewissen hättest könntest du auf gnade hoffen aber dies hier ist eine ausnahme von der regel dass die gnade für alle da ist auf diese weise kann die listige schlange die wahrheit verdrehen denn in wahrheit gibt es keine ausnahme es gibt nichts was nicht durch christi tod versöhnt ist was nicht vergeben werden kann wenn der sünder seine not erkennt und die gnade annimmt das ist der wichtigste inhalt des evangeliums wenn eure sünde auch blutrot ist soll sie doch schneeweiß werden david der räuber am kreuz die sünderin petrus der verleugner und unzählige andere sind beweise davon gerade für die schwersten sünden und die größten sünder ist christus gestorben auf das alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige leben haben kurz gesagt du kannst nie so grauenvoll sündigen nie so tief sinken dass nicht das blut des sohnes gottes zur versöhnung aller deiner sünden reicht sobald du umkehrst und im glauben die vergebung annimmst ist sie dein eigentum hat man aber schwer gesündigt kann es gut sein sich auch einem seelsorger anzuvertrauen damit die seele zur ruhe kommt das evangelium gibt eine beständige reinheit ihr seid schon rein ihr seid schon rein um des wortes willen das ich zu euch geredet habe johannes 15 vers 3 johannes 15 vers 3 in den ersten beiden versen von johannes 15 spricht christus davon dass die fruchttragende rebe gereinigt werden soll damit sie mehr frucht bringe und dann fährt er im dritten vers fort ihr seid schon rein um des wortes willen das ich zu euch geredet habe es ist ein merkwürdiges wort dunkel und geheimnisvoll besonders für den der nicht im glauben lebt es ist hier die rede von einer geistlichen reinheit die der herr selbst anerkennt was er rein nennt das muss im himmel und auf erden rein sein es ist nicht sicher dass das was wir rein nennen von ihm anerkannt wird darum müssen wir es aus seinem eigenen mund hören alles beruht doch darauf ob er mich anerkennt habe ich eine reinheit die gott gut heißt dann macht es nichts ob ich selbst oder alle anderen nur unreinheit an mir sehen was gott gereinigt hat das heiße du nicht gemein apostelgeschichte 10 vers 15 die schrift spricht von zwei arten von reinheit die eine ist die die gott in unserem herzen wirkt er hat ihre herzen gereinigt durch den glauben apostelgeschichte 15 vers 9 das ist also eine reinheit in uns die andere ist eine befreiung von der sünde eine befreiung die durch ein opfer gewonnen wurde es bewirkte dass sich von meiner sünde freigesprochen wurde das blut jesu christi seines sohnes macht uns rein von aller sünde erste johannes 1 vers 7 auf diese reinheit wurde im alten testament durch das versöhnungsopfer hingewiesen jesaja sagt von christus der herr warf unser aller sünde auf ihn johannes sagt siehe das ist gottes lamm das der welt sünde trägt aber auch diese reinheit von der sünde bekommen wir durch das wort er hat die gemeinde gereinigt durch das wasserbad im wort epheser 5 vers 26 wir wollen nun untersuchen wie es sich mit diesen beiden arten von reinheit verhält gleichzeitig wollen wir sehen worauf christus hier zielt viele klagen viele klagen die christen an dass sie sich allzu oberflächlich die gerechtigkeit christi zurechnen sie selber fürchten auch dass sie es nicht ernst genug nehmen mit der reinheit die gott in uns wirken will von einer solchen reinheit spricht die schrift deutlich es ist also nicht richtig dass wie viele meinen das einzige was die gläubigen von den anderen unterscheidet der glaube an christus und seine gerechtigkeit ist nein der unterschied zeigt sich auch auf andere weise in dem was mit und in ihnen geschieht er reinigte ihre herzen durch den glauben da wird nicht von dem gesprochen wie die sünde vor gott getilgt wird sondern von dem was im herzen geschieht in hezekiel 36 verse 25 bis 26 steht ich will reines wasser über euch sprengen dass ihr rein werdet von all eurer unreinigkeit und von all euren götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues herz und einen neuen geist in euch geben und will das steinerne herz aus eurem fleisch wegnehmen ich will meinen geist in euch geben und will solche leute aus euch machen die in meinen geboten wandeln und meine rechte halten und danach tun hier wird ausdrücklich von einem neuen herzen gesprochen paulus sagt die da fleischlich sind die sind fleischlich gesinnt die aber geistlich sind die sind geistlich gesinnt römer 8 vers 5 hier sagt er also dass es einen entscheidenden unterschied im sinn gibt man irrt also wenn man meint dass sich in den christen nichts findet was sie von den anderen unterscheidet die gläubigen haben doch ein neues reines herz einen neuen heiligen geist nun dürfte jemand sagen wenn sie ein reines herz haben dann haben sie doch keine unreinigkeit oder sünde mehr jesus sagt ja dass alles unreine aus dem herzen kommt und wenn das herz rein ist dann können sie doch nicht mal mehr böse gedanken haben die sünde sitzt doch im herzen nicht im körper hier irrt man aber auch weil man nicht richtig in das verständnis der schrift eindringt das neue reine herz ist nämlich nichts anderes als der neue willige geist matthäus 26 vers 41 ja es ist christi geist in uns der gegen die sündige natur streitet galater 5 vers 17 nun wird nirgends in der schrift gesagt dass die alte natur des gläubigen heilig ist im gegenteil wird davon gesprochen dass sie gegen den geist streitet und darum gekreuzigt und getötet werden soll galater 5 vers 24 er spricht also von denen die christus angehören aber sagt nicht dass sie rein sind von bösen begierden nein sie sind so böse dass die sündige natur gekreuzigt werden soll ein christ ist nicht sündenfrei es gibt menschen die behaupten dass ein christ sündenfrei ist sie sagen was ich aus freiem willen gegen ein deutliches verbot gottes tue nur das ist sünde was ich nicht vorsätzlich tue ist nicht sünde wenn auf diese weise die sünde erklärt wird kann man einräumen dass ein christ in gewisser weise sündenfrei ist ein christ übertritt doch nicht mit wissen oder willen ein deutliches gebot gottes tut er es doch dann ist er vom versucher überrumpelt worden wie petrus als er den herrn verleugnete davon sagt paulus ich weiß nicht was ich tue denn ich tue nicht was ich will sondern was ich hasse das tue ich römer 7 vers 15 so müssen wir es auch verstehen wenn paulus und barnabas sich stritten und deshalb trennten apostelgeschichte 15 vers 39 oder wenn petrus in antiochien so handelte dass paulus ihn zurechtweisen musste galater 2 vers 11 in römer 7 vers 20 steht wenn ich aber tue was ich nicht will so tue nicht ich es sondern die sünde die in mir wohnt auf diese weise verstanden auf diese weise verstanden ist es wohl wahr dass das neue ich nicht sündigt wie johannes sagt wer aus gott geboren ist der tut nicht sünde erste johannes 3 vers 9 die sünde ist nicht seine tat sondern sein leiden kein apostel hat aber gesagt dass wir sündenfrei sind johannes schreibt ausdrücklich wenn wir sagen wir haben keine sünde so verführen wir uns selbst und die wahrheit ist nicht in uns erste johannes 1 vers 8 nein unsere ganze natur ist so von sünde durchsetzt dass wir nicht einmal merken wenn wir sündigen die alte unreinheit hängt allem an was wir tun denken und sprechen auch wenn wir das gute tun wollen die schrift sagt dass eines menschen gerechtigkeit wie ein beflecktes kleid ist so müssen wir auch erfahren dass die unreinheit jeden faden des kleides durchzogen hat wir glauben nicht an gott wie wir sollten wir lieben ihn nicht von allen unseren kräften wir beten und lesen gottes wort nicht so andächtig wie wir sollten wir werden leicht ungeduldig böse selbstsüchtig und hochmütig wir sind um gottes ehre und die seligkeit unseres nächsten nicht so sehr besorgt wie wir müssten dann kommen versuchungsstunden da der satan uns sichtet wie den weizen da werden wir vom versucher in dem grade angegriffen dass wir meinen er habe uns ganz und gar in seiner gewalt wir spüren nicht den geist und jammern als wären wir verloren das sind die erfahrungen der größten heiligen und doch wie rein ist nicht ihr neues herz ihr geistlicher sind unter all diesem es ist ihnen furchtbar dass sie nicht den reinen willen den ernsten heiligen hass gegen die sünde fühlen sie klagen darüber dass sie die sünde lieben ist dieser geist nicht rein und heilig wie ganz anders ist es mit den nicht gläubigen sie sind mit sich selbst ganz zufrieden sie versuchen nur ihre sünde zu verteidigen zu entschuldigen und sie zu behalten die gläubigen sind also rein im bezug auf ihren sinn ihren neuen willen und ihr verlangen darum brauchen sie keine drohungen und strafe sondern trost wenn die schrift droht und straft geschieht das nicht für die armen im geist sondern für die selbstsicheren aber frei von der sünde als jesus sein jüngern die füße wusch sagte er wer gewaschen ist der bedarf nichts als noch die füße zu waschen denn er ist ganz rein und ihr seid rein aber nicht alle johannes 13 vers 10 der herr macht also ein unterschied zwischen der reinheit des lebens und sagte dass sie ständig erneuert werden muss und der reinheit die sie durch das sie reinigende bad hatten wenn er sagt ihr seid rein weist er auf das letztere hin und hier spricht der der sein blut zur erlösung der welt vergoss an demselben abend hatte er gesagt das ist mein blut welches vergossen wird zur vergebung der sünden matthäus 26 vers 28 in beiden schriftstellen in denen jesus von ihrer reinheit spricht ist der gedankengang derselbe erst redet er von der unvollkommenen reinheit die notwendig einer fortdauernden reinigung bedarf dann spricht er davon dass sie gleichzeitig eine vollkommene reinheit besitzen als jesus am letzten abend seinen jüngern die füße wusch sprach er also einmal von der vollkommenen reinheit die sie schon besaßen und dann auch davon dass sie eine ständige reinigung während des erdlebens nötig hätten und in johannes 15 redet er von den frucht tragenden zweigen die gereinigt werden müssen um mehr frucht zu bringen christus pflegt nicht die reinheit und die stärke die in uns ist zu rühmen im gegenteil warnt er davor sie zu beachten und sich darüber zu freuen als petrus versicherte dass er treu bis zum tode sein würde sagte jesus ihm seinen fall voraus und als die jünger zurückkam und sich freuten dass die geister ihnen untertänig seien sagte er freut euch aber dass eure namen im himmel geschrieben sind lukas 10 vers 20 sie sollten sich nur über die erlösung freuen wer sich mehr über die kraft gottes in uns als über die versöhnungs gnade für uns freut stimmt weniger mit dem geist christi überein als der der sich schwach fühlt und seinen ganzen trost nur in christus hat der schwächste sünder hat große ursache sich in christus zu freuen der mit seinem teuren blut unsere reinheit und unser trost sein will wenn jesus sagt ihr seid schon rein um des wortes willen dass ich zu euch geredet habe dann hat das dieselbe bedeutung wie sein wort an die jünger als er sie mit dem evangelium aussandte wer da glaubet und getauft wird der wird selig werden markus 16 vers 16 oder wenn paulus es so ausdrückt er heiligte sie und hat sie gereinigt durch das wasserbad im wort epheser 5 vers 26 hier bekräftigt christus die große hauptlehre der schrift dass wir vor gott gerecht werden durch den glauben paulus sagt der glaube kommt aus der predigt und christus sagt ihr ihr seid schon rein um des wortes willen dass ich zu euch geredet habe ihr habt nichts anderes getan als meiner rede zugehört und dadurch ist der glaube in euren herzen entstanden und damit seid ihr rein das sagt christus selber der am jüngsten tage richten wird das muss doch das innerste eines menschen mit freude erfüllen dass der herr selbst so redet er nennt kein einziges werk sondern nur sein wort nur dadurch werden wir rein da es glauben in unseren herzen wirkt durch die kraft des wortes gottes du bist bekümmert über deine sünden und über die bosheit deines herzens es beunruhigt dich dass du so kalt sicher und gottlos sein kannst deine versuche ein anderer mensch zu werden sind missglückt aber nun hörst du von christus das wort gewinnt raum in deinem herzen und wirkt trost und hoffnung das ist der glaube der dich selig macht jesus sagt also hat gott die welt geliebt dass es einen eingeborenen sohn gab du gehörst auch zur welt auch für dich hat er also sein sohn geopfert gewinnt es einen solchen raum in deinem herzen dass es dich tröstet dann ist da glaube und jesus fährt fort auf dass alle die an ihn glauben nicht verloren werden sondern das ewige leben haben nimmst du ihn beim wort kannst du ganz gewiss sein dass du nicht verloren gehst sondern das ewige leben haben wirst wenn der glaube so auf dem wort steht hat er alles was das wort enthält schau die jünger an sie waren jesu aufrichtige freunde die feindschaft der juden und alles was er von zukünftigen verfolgungen redete brachte sie nicht dazu ihn zu verlassen sie glaubten an ihn sie glaubten nicht nur dass er gottes sohn war sondern auch dass sie seine gnade hatten auch wenn sie es nur dunkel verstanden durch diesen glauben waren sie von der welt geschieden sie lebten und starben für ihren meister aber neben diesen reinen sinn sehen wir auch ihre verderbte natur hervorbrechen petrus verleugnete drei mal und doch sagt jesus dass petrus glauben hatte ich habe für dich gebeten dass dein glaube nicht aufhöre lukas 22 vers 32 auch petrus gehörte zu denen die laut jesu worten rein waren hier siehst du wie die waren die jesus rein nannte steht es so mit dir dass du keinen anderen wunsch hast als ihm anzugehören dann ist deine gebrechlichkeit kein hindernis dann hast du reue genug dann bist du ausreichend bekehrt glaube nur an sein wort und seine gnade und alles ist wohl du bist rein in ihm aber du sagst vielleicht dass du ein gefühl hast als ob dein ganzes inneres unrein sei es gibt da so viele sünden wohl gar solche an die du so gebunden bist dass du sie überhaupt nicht hassen kannst du hast nicht mal den wunsch sie loszuwerden das hört sich nicht gut an ist aber nicht zum tode dass du die unreinheit deines herzen fühlst zeugt davon dass der geist alles straft was in deiner sündigen natur ist und da wohnt nichts gutes es ist auch nicht verwunderlich wenn du die liebe zu gewissen sünden fühlst wie sollte man versuchungen und arge begierden fühlen können wenn man keine liebe zu sünde hätte bist du aber ein christ dann hast du diese sünde auch du fragst kann ich gleichzeitig dieselbe sünde lieben und hassen ja die böse natur steht im krassen gegensatz zu dem was der geist will dieselben sind wiedereinander dass sie nicht tut was ihr wollt galater 5 vers 17 ein christ ist nicht nur ein neuer mensch sondern auch ein alter das leben eines christen ist zerteilt und zerrissen von dem ständigen kampf zwischen der bösen natur und dem geist der in uns wohnt darum fühlen wir nicht nur den reinen willen sondern auch die mischung vom alten und neuen unerfahrene und selbstgemachte heilige verstehen nichts davon denk nur an davids klagen und paulus sehnen nach der befreiung von dem leibe dieses todes dieser streit zeugt am meisten von dem reinen sinn dass du deine liebe zu sünde hast dass du die sünden am meisten hast die du am meisten liebst ist das wichtigste zeichen des reinen sinnes viele umbekehrte können die sünde hassen die sie nicht lieben aber die sünde zu hassen die ich am meisten liebe das beweist den neuen und reinen sinn als die jünger darüber diskutierten wer von ihnen der größte wäre da empfanden sie wohl keinen hass gegen ihre eigenliebe aber als sie zur besinnung kamen hassten sie sie bestimmt den einen augenblick sagte petrus ich kenne den mann nicht im nächsten ging er hinaus und weinte bitterlich jesus selbst sagt dass die jünger rein sind er der augen hat wie feuerflammen der einst lebendige und tote richten wird er nennt sie rein in dem augenblick wo er von ihrer schwachheit redet als sie nach gezemane gingen stritten sie sich darum wer der größte wäre während er blut schwitzte vermochten sie nicht mit ihm zu wachen obwohl er sie dringend darum bat als er gefangen genommen wurde flohen sie als er ein gutes bekenntnis ablegte verleugnete petrus ihn wohlgemerkt von diesen sagte jesus dass sie rein waren kraft des wortes das er zu ihnen geredet hatte das will ich nie vergessen hier sehe ich klar die kraft seiner versöhnung hier sehe ich klar was der eigentliche kern des evangeliums ist wir werden gerecht durch den glauben hier sehe ich den großen ernst der worte das blut jesu christi des sohnes gottes macht uns rein von aller sünde für alle vernunft ist es unsinnig dass so unreine menschen vor gott rein sein sollten da ahne ich nun dass in gottes augen das blut christi mehr gilt als in unseren wenn ich auch nicht alles verstehe so weiß ich doch dass das was vor ihm gilt auch für uns gelten muss ich will nie vergessen dass jesus sagte ihr seid rein durch das wort das ich zu euch geredet habe das evangelium ist die kraft der heiligung die sünde soll nicht mehr unser herr sein es ist ein irrtum wenn man meint dass die annahme der freien gnade dazu führt dass die guten werke verachtet werden erstens trägt das evangelium von christus niemals solche frucht sondern der teufel und der alte mensch verursachen den missbrauch des evangeliums zweitens ist die gnade gar nicht für sichere und unbußfertige sünder da sondern für die armen im geist und diese arm und zerknirschten finden immer größere lust und kraft zur heiligung je mehr sie glauben können das sagt jesus in lukas 7 verse 41 bis 47 wem aber wenig vergeben wird der liebt wenig wem viel vergeben wird der liebt viel weil dieses evangelium eine kraft gottes zur errettung dieser sünder ist muss es auch ihretwegen verkündigt werden selbst wenn es zum urteil und tod für die sicheren und schlafenden wird aber da sagt ein bekümmerter mensch gegen das gewissen und gegen bessere einsicht zu sündigen heißt doch mit willen und wissen zu sündigen und das habe ich getan kann ich dann für solche sünden gnade finden gegen das gewissen und bessere einsicht zu sündigen ist eine furchtbare sünde aber wir dürfen nicht vergessen dass auch diese schweren sünden im blut des lammes gesühnt und fortgenommen sind wenn du über deine sünde traurig bist und wünschtest sie wäre nicht geschehen und wenn du mit ehrlichem sinn errettung im blut des lammes suchst dann sollst du wissen dass deine sünden von gott weggenommen und ganz vergessen sind sonst wäre die gnade des evangeliums nicht mehr als das was schon das gesetz bestimmt in 5 mose 19 steht zum beispiel dass der der unabsichtlich einen menschen tötet nicht bestraft wird sondern als unschuldig vor dem blutrecher geschützt werden soll alles menschliche rechtsgefühl urteilt auf dieselbe weise nun muss aber gnade etwas anderes sein als recht und gesetz besonders eine gnade die uns mit einem so teuren opfer erworben ist sie erstreckt sich also auch auf die vergebung der sünden die gesetz und recht nicht erlassen können ist aber aus gnaden so ist es nicht aus verdienst der werke sonst würde gnade nicht gnade sein römer 11 vers 6 man kann aber nicht sagen dass ein rechter christ vorsätzlich sündigt wenn er wissentlich und absichtlich sündigt ist er stets von der versuchung überwältigt von dem gesetz in seinen gliedern davon sagt paulus wenn ich aber tue was ich nicht will so tue nicht ich es sondern die sünde die in mir wohnt römer 7 vers 20 in der versuchungsstunde sieht es aber so aus als ob man vorsätzlich sündigte weil der wille von der sünde überwunden ist wie leidet dann die ehrliche seele wie gern möchte sie von versuchung und sünde frei sein hier sprechen wir also nicht von denen die vorsätzlich in der sünde verbleiben wollen sie haben einen unbußfertigen sinn den christus mit seinem ganzen verdienst nie in schutz nimmt durch gottes wort und den heiligen geist ist eine grenzmauer gesetzt die alle unbußfertigkeit und falschheit des geistes ausschließt noch eine frage wollen wir hier aufnehmen du hast so viel licht im worte gottes und du bist vom heiligen geist so erweckt dass du keine ruhe in einem falschen trost finden kannst du versuchst nun trost im evangelium zu finden du hörst von der großen gnade in christus verstehst auch etwas davon und möchtest dich da mit deiner lieblingssünde bergen aber du bekommst nie frieden es ist immer etwas da was dich unruhig macht und dich reizt wie ein sandkorn im auge was ist die ursache deine lieblingssünde die muss hinausgeworfen werden aber dazu habe ich keine kraft sagst du damit zeigst du dass du zu denen gehörst die nicht tauglich sind für das reich gottes jesus spricht von denen die nicht ihr leben für ihn lassen wollen die die hand an den pflug legen und zurückblicken wenn aber die gnade in deiner seele weiter wirkt kommt doch die stunde wo du alles aufgibst und von dir wirfst was dich hindert es wird dem kapitän sauer die schiffsladung über bord zu werfen das tut er nicht bei schönem wetter wenn aber der orkan hereinbricht der leib und leben bedroht dann wirft man die ladung fort um das zu retten was noch mehr wert ist wenn du ganz ermüdet und ermattet am rande des abgrundes stehst der dich jeden augenblick zu verschlingen droht dann ist es leicht alles aufzugeben jedenfalls den unredlichen sinn auch wenn man nicht gleich das böse los wird sondern immer wieder versucht wird und niederlagen erleidet es ist merkwürdig aber sobald du einen redlichen sinn hast kann das evangelium dich trösten auch wenn du noch niederlagen erleidest aber du erhältst keinen trost solange du noch unaufrichtig bist allerdings kannst du auch ruhe finden wenn du dein herz verhärtest und den weckenen geist gottes von dir schiebst dann kannst du deine sünde behalten und darin schlafen aber deine verdammnis schläft nicht zweiter petrus 2 vers 3 ich wiederhole wir haben jetzt von einem sinn gesprochen der mit vorbedacht der sünde huldigt und sie behalten will solange wir diesen sinn haben können wir keine gnade bekommen und keinen trost erwarten wer aber mit aufrichtigem herzen vergebung sucht und um kraft fleht die sünde zu überwinden aber noch in seinem herzen das sündenverderben fühlt und einen sündenfall nach dem anderen erlebt der darf in seiner großen not wissen so gibt es nun keine verdammnis für die die in christus jesus sind römer 8 vers 1 weil wir nicht unter dem gesetz sind hast du nicht damals als du zum glauben kamst selbst erlebt dass du ein neuer mensch wurdest willig das wort deines vaters zu tun du hastest die sünden an denen du früher deine freude hattest du tatest von herzen was dir vorher schwer ja unmöglich war der glaube hat immer dieselbe kraft aber was hat das gesetz ausgerichtet als es in deinem herzen brannte wurdest du da nicht schwächer und sündiger als du jemals warst nahm da nicht die sünde anlass am gebot und erregte in dir allerlei lust das gesetz hat immer dieselbe kraft dieselbe wirkung sobald es in das gewissen kommt es treibt den glauben die kindes zuversicht und den frieden in christus heraus in zweite mose 19 und 20 wird berichtet wie gott israel das gesetz gab es fing mit donnern und blitzen an eine dicke wolke hüllte den berg ein und eine starke posaune ertönte mit solchen gewaltigen zeichen gab gott ihnen sein gesetz du sollst keine götter haben neben mir das ganze volk aber erschrak da war das ganze volk beeindruckt von dem gesetz aber was lesen wir dann im 32. kapitel als mose vom berg herunter kam hatte das volk sich schon ein goldenes kalb gemacht und als seinen gott ausgerufen so wenig konnte das gesetz das herz heiligen wir sehen dass es niemals ein gesetz gegeben hat das lebendig machen kann bei einem menschen unter dem gesetz wechseln sünden ausbrüche und sünden qualen man hat angst vor der sünde sündigt aber doch man hat wieder angst vor der sünde und sündigt doch wieder man weint ist bange und sündigt trotzdem so wenig kann das gesetz das herz zur heiligung zwingen darum sagt paulus dass wir in unserem gewissen vom gesetz frei sein müssen bevor wir gott leben können in römer 7 vers 4 heißt es also seid auch ihr meine brüder getötet dem gesetz durch den leib christi damit ihr einem anderen angehört nämlich dem der von den toten auferweckt ist auf das wir gott frucht bringen und in römer kapitel 6 vers 14 die sünde wird nicht herrschen können über euch die ihr ja nicht unter dem gesetz seid sondern unter der gnade und in galater 2 vers 19 spricht er denn ich bin durchs gesetz dem gesetz gestorben damit ich gott lebe der apostel sagt also dass wir dem gesetz gestorben von ihm geschieden sein müssen um gott frucht zu bringen die sünde wird nicht mehr herr über uns sein wenn wir nicht mehr unter dem gesetz sondern unter der gnade sind wir können also gott nicht frucht bringen und vor gott leben bevor wir dem gesetz gestorben sind wer hätte das gedacht ich meinte wenn ich das gesetz nur recht ernst nehmen könnte dann würde ich gott leben hier in römer 7 sagt paulus dass ich erst vom gesetz frei sein muss wie eine frau frei ist vom mann wenn er gestorben ist ehe ich gott leben kann denn solange das gesetz im gewissen regiert wird die sünde nur kräftiger und wirksamer auch wenn ich ab und zu werke nach dem buchstaben des gesetzes vollbringe dann tue ich sie nicht vor gott weil ich seinen willen lieb hätte sondern aus angst vor den drohungen des gesetzes deshalb können sie auch eigentlich nicht meine werke heißen sondern nur gesetzes werke weil ich sie vom gesetz getrieben tue das ist aber niemals heiligung zur heiligung gehört vor allem die heiligkeit des herzens die freiwillige lust und liebe zum guten das alles wird nur durch den glauben geschaffen wenn ich die große freude erlebe dass ich von dem urteil des gesetzes über meine sünden frei bin und in christus gerechtigkeit und seligkeit habe das hat auch christus gesagt bleibet in mir und ich in euch gleich wie die rebe kann keine frucht bringen von sich selber sie bleibe denn am weinstock so auch ihr nicht ihr bleibet denn in mir ich bin der weinstock ihr seid die reben wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel frucht denn ohne mich könnt ihr nichts tun johannes 15 verse 4 bis 5 und das meint paulus wenn er sagt dass christus uns von gott zur gerechtigkeit und zur heiligung gemacht ist sondern unter der gnade ein prediger schreibt in der bekehrung erfahre ich dass mir alles fehlt aber christus hat mir alles gegeben und er will dass ich die gabe annehmen soll unser heiland verkündet eine freie und bedingungslose gnade für die sünder denn er hat unsere sünde auf sich genommen und in die tiefe des meeres geworfen micha 7 vers 19 ja unsere sünden sind von gott vergraben und vergessen wenn wir sie auch suchten könnten wir sie nicht finden jeremia 50 vers 20 als mir dieses geheimnis aufging wurde ich so froh dass ich es nicht beschreiben kann die tür des gefängnisses öffnete sich die ketten fielen von meinen füßen das gesetz war mir nicht mehr ein sklaven joch sondern ich bekam lust gottes wege zu gehen das ist nach meiner meinung die erfüllung des paulus wortes nun aber sind wir dem abgestorben und vom gesetz los so dass wir dienen im neuen wesen des geistes und nicht im alten wesen des buchstabens römer 7 vers 6 noch stehen die sünde das gesetz die böse natur die welt und der teufel mir entgegen so dass ich für den glauben kämpfen und mich stark machen muss aber stark im herrn denn in mir selbst bin ich schwach vielleicht wendet hier jemand ein sollen wir nicht mit furcht und zittern an unserer erlösung arbeiten ist es nicht ein gutes zeichen von geistlicher armut wenn man seiner kindschaft bei gott ungewiss ist wenn paulus in philippa 2 vers 12 schreibt schaffet dass ihr selig werdet mit furcht und zittern dann meint er nicht dass man in der großen frage der gottes kindschaft im ungewissen sein soll nein da sagt er ihr habt nicht einen knechtischen geist empfangen dass ihr euch abermals fürchten müsstet sondern ihr habt einen kindlichen geist empfangen durch welchen wir rufen aber lieber vater römer 8 vers 15 wenn paulus von furcht und zittern spricht so meint er damit die angst um den schatz in erdenen gefäßen den er durch ein land voller feinde und räuber tragen muss wenn man unter solchen umständen lebt ist es nicht geraten selbstsicher zu sein da hat man wohl grund behutsam vorzugehen aus angst vor den feinden ein christ hat auch nicht ausgelernt so dass er in seinem glauben immer froh ist nein der glaube der nie angefochten wird ist nicht viel wert alles was aus dem glauben kommt ist heiligung selbst sehe ich nur sünde und unheiligkeit in meinem leben die schrift sagt aber dass gott unsere herzen durch den glauben reinigt paulus sagt habt ihr den geist empfangen durch das gesetzes werke oder durch die predigt vom glauben galater 3 vers 2 und paulus fragt in einem anderen zusammenhang heben wir denn das gesetz auf durch den glauben das sei ferne sondern wir richten das gesetz auf römer 3 vers 21 und wir sind berufen für andere zu leben kannst du dein nächsten recht lieben ohne ihn ein warnungswort zu sagen wenn er auf dem weg zu verdammnis ist es ist unsere höchste pflicht an der errettung unseres nächsten zu arbeiten wir wissen ja dass der umbekehrte der verdammnis entgegeneilt dass er aber durch die bekehrung ein himmels erbe werden kann der geringste christ kann ein mittel dazu werden wir kennen doch jesu wort wer nicht mit mir sammelt der zerstreut matthäus 12 vers 30 und das wort des apostels wer den sünder bekehrt hat von dem irrtum seines weges der wird dessen seele vom tode erretten jakobus 5 vers 20 wir kennen auch das königliche gebot liebe dein nächsten wie dich selbst es ist ein furchtbares zeichen des tiefen sündenfalls in unserer natur dass selbst redliche christen so diese pflicht versäumen können wir können täglich mit menschen zusammen sein die der verdammnis entgegen gehen ohne sie mit einem wort zu warnen da müssen wir daran zweifeln ob wir auch nur einen funken glauben haben oder ob wir bei voller besinnung sind hier findet sich ein großer unterschied zwischen den christen einige sind bekümmert um ihren nächsten und arbeiten mit freude an seiner bekehrung andere leben in sorgloser gemächlichkeit sind geistliche egoisten die nur sich selber leben wir müssen sie fragen lebst du ein frisches geistliches leben lebst du in der gemeinschaft deines heilandes jesus sagt wer an mich glaubt von dessen leib werden ströme lebendigen wassers fließen und der evangelist fügte hinzu das sagte er aber von dem geist welche empfangen sollten die an ihn glaubten johannes 7 verse 38 und 39 ein anderes mal sagte jesus das wasser das ich ihm geben werde das wird in ihm ein brunnen des wassers werden das in das ewige leben quillt johannes 4 vers 14 aus einer quelle strömt das wasser hervor es kann nicht zurückgehalten werden david spricht auch von der zwingenden kraft des geistes siehe ich will meinen mund nicht stopfen lassen psalm 40 vers 10 wo eine quelle ist fließt das lebendige wasser hervor zur erquickung für die die rundherum wohnen wo aber keine quelle ist arbeitet man vergebens um lebendiges wasser zu schaffen alle die für die errettung der seelen arbeiten müssen an jesu wort denken das alles auf der quelle im innern beruht auf einer gesunden lebendigen gemeinschaft mit ihm der allein der welt leben geben kann wenn paulus davon spricht sagt er die liebe christi dringet uns 2 korinther 5 vers 14 sie ist die treibende kraft für seine unermüdliche wirksamkeit sie macht ihn so brennend im geist nun genügt es nicht christi liebe nur mit dem verstand zu fassen soll sie im herzen eine treibende kraft werden muss man sie im glauben annehmen und in dem licht sehen das der geist gibt sie muss unser herz mit friede und freude im heiligen geist erfüllen dann erst wird sie eine quelle die mit zwingender kraft aus dem innern hervorströmt paulus beschreibt das so ich lebe doch nun nicht ich sondern christus lebt in mir galater 2 vers 20 wie kam es dass die liebe christi einen solchen platz im herzen des paulus bekam er selbst antwortet da wir dafür halten dass wenn einer gestorben ist so sind sie alle gestorben 2 korinther 5 vers 14 hier ist das geheimnis hier ist das geheimnis der versöhnung christus starb am kreuz an unserer stadt das gilt vor gott als wären wir selbst gestorben gott sah uns alle in christus wenn wir hierüber licht bekommen und die liebe christi durch den heiligen geist sich in unseren herzen ergießt dann wird sie eine zwingende macht in unserem leben denn unser glaube ist nicht nur eine spekulation ein gedankenspiel sondern das lebendige werk gottes auf dreierlei weise soll die liebe uns nun dringen etwas für unsere nächsten zu tun erstens muss der glaube in unserem herzen eine quelle werden aus der lebendiges wasser quillt zweitens sehen wir dann alle menschen in einem neuen licht wir sehen dass alle menschen schon von ihren sünden erlöst sind dass alle in christus den tod am kreuz erlitten haben dass sie auf dem weg der verdammnis sind ist nicht durch ihre vielen sünden verursacht sondern durch ihr fernbleiben von christus wenn wir in diesem licht einen armen menschen sehen müssen wir mit innigster teilnahme denken wenn du nur wüsstest dass alle deine sünden schon getilgt sind wenn du nur annehmen wolltest was dir in christus schon gegeben ist du kannst es jederzeit für nichts bekommen drittens kann ein christ nicht länger sich selber leben sondern nur ihm der uns mit seinem blut erkauft hat das sagt paulus im zweiten korinther brief kapitel 5 vers 15 er ist darum für alle gestorben damit die die da leben hinfort nicht sich selbst leben sondern dem der für sie gestorben und auferstanden ist ein christ ist nicht mehr sein eigener herr er ist teuer erkauft er ist seines herrn eigentum und fragen wir ihn was wir für ihn tun sollen dann antwortet er die werke die ich tat sollt ihr auch tun arme blinde und taube habt ihr immer unter euch und was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten brüdern das habt ihr mir getan du sollst hier für ihn leben und er wird sich dort vor gott deiner sache annehmen welch ein seliger tausch solange bis hin bis hin bis hin bis hin